Herzlich Willkommen in der Rechtsanwalts- und Notariatskanzlei Schwarze Dr. Oskamp und Partner. Unsere Räumlichkeiten befinden sich im Kortenkarré. Seit über 50 Jahren sind wir in der Bochumer Innenstadt ansässig. Die Kanzlei besteht aus sechs Rechtsanwälten. Vier der Rechtsanwälte sind zugleich auch Notare. Neben dem Notariat ermöglicht unsere Kanzleigröße auch im anwaltlichen Bereich eine kompetente und umfassende Rechtsbetreuung. In vielen Rechtsgebieten sind wir auch als Fachanwälte tätig. Sollten Sie Interesse an der Inanspruchnahme unserer Dienste haben, so können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden.